Willkommen zurück zu einer neuen Folge von War Thunder und wie man sieht, wir sind heute schon bei Tag 103 und schauen einfach mal was es da für schönes gibt. Ist besser als nichts, 30% für 5 Missionen. Ich denke, das kann man mal machen. Und es gibt etwas sehr Schönes, Neues. Man sieht es hier schon. Ich habe gestern Abend mit einem 500% Booster endlich mal meinen Panda DeFi gespielt. Wurde auch mal Zeit, hat ja lang genug gedauert. Und ich habe jetzt sage und schreibe noch oder schon wieder 10.000 Punkte in den Tiger E investiert, wo ich auch sehr gespannt bin. Wo ich mich schon richtig sehr darauf freue, noch einen zweiten Tiger zu haben. Ja, jetzt also einen kleineren, kompakteren Tiger. Wenn der dann durch ist, also in, ja, ich würde mal sagen, ungefähr zwei Wochen, nehme ich mir den Ostwind, danach noch den Panzer 470 und dann haben wir noch den Panzer J. und dann haben wir schon alle Level 3 Panzer. Weil es hört sich viel an, sind immer noch 225.000 Forschungspunkte, wenn man den jetzt mal vollrechnet. Aber es wird auch vorbei gehen. Und danach würde ich gerne erst mal hier oben die ganzen erforschen. Die vier, die zwischendurch immer mal neu dazugekommen sind. Und auch noch den hier. Dass man das auch mal weg haben. Ich merke das nicht, wenn da Lücken sind. Ich spiele ja auch gern mit allen. Und wenn man jetzt hier einfach mal, also den habe ich ja noch nicht stimmt. Weil ich gerade mal schauen, wenn man jetzt einfach mal in die Modifikation oder in die Mannschaft reinschaut. Aber betrifft uns ja noch nicht. Aber auf jeden Fall erst mal jetzt den Tiger E. Und wir probieren jetzt heute in Panzermissionen. Ich weiß, es hängt euch zum Hals raus, aber ich habe einfach Bock auf Panzermissionen. Und wir haben auch zwischendurch immer mal so ein bisschen Fliegen mit drin. Daher klappt das schon. Wir nehmen, ach ja, ich habe ja noch einen Gutschein, aber den darf ich nicht nutzen. Weil da müsste ich jetzt super viel ausgeben und da habe ich einfach kein Geld zu. Jetzt müsste ich glaube ich so 5000 Gold-Upsches ausgeben, damit ich das jetzt machen kann. Aber ich habe dafür kein Geld, denn das wird gerade gespart. So, auf jeden Fall 30% Booster wird aktiviert. Und wir legen auch gleich mal los. Und probieren unseren neuen Panto-D aus. Der Aschefluss. Ja, kann man machen. Wenn der Punkt hier unten ist, dann wird es auf jeden Fall witzig. Ich hoffe nicht, dass er da oben ist. Nein, gut, da kann man sich zwei Punkte an der Seite postieren. Aber, nee, nee. So, genau, wir starten. O.A. gibt es. Schön. Wir starten als unser kleiner Panto-Freund. Mit einem kleinen Ruckler am Morgen. Vertreibt ja bekanntlich Kummer und Sorgen. Er kommt mir gerade. Also, jetzt geht es jetzt aber ein bisschen. Ami, komm, fahr. Also, da könntest du... Oh, wenn du nicht mal aufpasst, wohin ich habe, das finde ich immer so schlimm. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch mit dem Panto-D noch nicht gespielt. Das ist für mich wirklich eine Premiere. Ich bin mal sehr gespannt. Weil man kenne sich ja. Das ist mir gerade mal so die Idee gekommen, dass ich da hinten postieren. Der müsste jetzt bloß noch ein bisschen mehr Gas geben. Jawohl, Ausgabe, heilschnatt. Er sagt es, was wir gerade alle denken. So, wir fahren jetzt direkt mal hier außen rum. Ich weiß, es dauert ein bisschen länger, aber... Ach, Alter. Er ist da... nichts... macht und du könntest gleich wieder kotzen. Das doof ist halt nur, ich kann hier lösen. Ah, verdammtisch. Schon Punkte bekommt? 43. Läuft. Lurcht bei mir so. Nachdem ich jetzt gelurcht habe, trete ich den kleinen Wichsern allesamt in den Arsch. Ach gut, ich bin oben. Dann fahren wir... Wohin fahren wir da mal? Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, wohin wir fahren. Bei mir fahren wir gerade eh erst mal mit um C. So, oben haben sich auch ein paar Leute postiert. Oh, ich muss leasen. Toll. Dann kriege ich mich zufällig irgendwie, ne? Ne. Dann krieg ich den. Tatsächlich. Ich krieg den. Sehr geil. Abschüsse, schön. Gut, sieben kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Und nicht so schlimm. Die Möglichkeit wird uns auch nochmal gegeben. So, dort unten sind wir auch Panzer, wie ich das gerade an der Reaktion des KV2 sehe. Ja, zum Beispiel da hinten. Verdammt. Gut, der muss jetzt leider wirklich erst mal repariert werden. So, das der da macht, weiß ich nicht. Oh, noch 15 Sekunden, das könnte schon wieder knapp werden. Gut, roter Bombo, du bist gerade nicht in der Luft. Ne, sieben ist jetzt nicht doof, oder? Ach, scheiß drauf. Wir machen die sieben. Noch ein bisschen mehr auf den Siegern. Ich war jetzt eh so stört, während ich sehe schon, aber... Wie man doch immer so schön sagt, JOLU. Flachsetzt vor der Fette. Mal schauen wir mal an. Oh, verdammt, ich habe noch nicht abgeschossen. Ach, fickt euch. Der KV2, den kriege ich gerade nicht ins Visier. Ne. Der versteckt sich gerade. Aber der Punkt gehört an sich ja uns. Alter, war gerade was. Können wir den gerade ins Visier pflegen? Was? Ach, Leute. Ich muss den noch treffen. Verdammt. Da tut ich oben, macht mir das auch noch Probleme. Bin es ruhig. Ah, ja, gut. Drei, zwei, eins. So, diesmal ist auch ein Flugzeug in der Luft. Ein kleiner Würiger. Na, dann würden wir die mal. So. Den wir ihn jetzt gewirkt haben. Okay, dann wird alle Kortschichten auf das Stereot. Lieb da. ich hoffe, die haben sich ein bisschen erschreckt da wäre ich schon ganz happy drüber genau, abgestürzt und eine halitze kleine Kugel das war sogar der, den ich bombardiert habe aber auch wirklich Volltreffer genau in die die Klappe zwischen Turm und ein paar Begriffe habe ich es nicht so, daher nicht böse sein wir nehmen noch Graf 1 da gibt noch ein paar mehr Forschungspunkte oh, hier unten ist jemand Ungar nee, tut mal leiden, mit Ungar kann ich nicht dienen also wer sich hier fragt, äh, Magillor ist Ungar steht zum Urstand oder steht zum Beispiel auch auf den Briefmarken drauf oder auch auf den Musen und früher war es noch was an, noch eine andere Bezeichnung kann ich euch aber gerade nicht sagen, aber inzwischen ist es wie, oder eine Bezeichnung für Ungarn woran man merkt, dass dieser Mensch eben daherkommt woran man es merken kann, man muss natürlich nicht unbedingt, das kann ja auch kratten und ungarn sein, man weiß es nicht so, dann wechsel mal die Munition und verfeuern den Watts, den wir geladen haben weil den brauchen ja niemanden und da hinten haben wir auch schon etwas einen KV-Dö ein KV-Dö sehr geil Abschlüssel bekommen ja, wir haben 693 Punkte, ich denke, das ist gar nicht so verkehrt alle drei Punkte gehören uns und das sind die ausgleichende Kraft, das ist noch besser freue ich mich finde ich sehr gut bin ich mal gespannt, was wir bekommen haben ich hoffe, wir haben ein bisschen was gucken, ja doch, es geht hier oben schon mal ganz schön auf Forschungspunkte auch gut neuer Schriftzug ist auch frei und wir haben hier jetzt schon 12.000 Punkte von 75.000 ist ein bisschen deprimierend, wenn man einen Panzer vorstunden, gleich den nächsten machen muss, machen darf naja genau, Schriftzug Paula, besiegt die Spieler 270 nur leicht übertrieben ausgleichende Kraft und zweimal Zusammenarbeit, sehr schön und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin Tschüss